Hallo und herzlich willkommen bei Stunt Art. Als Late-Night-Talker erlangte er Kultstatus. Seitdem Harald Schmidt nicht mehr so oft im Fernsehen zu sehen ist, tritt er bevorzugt im Theater auf. Ab Samstag spielte er an der Wiener Volksoper Ludwig XV. in der Operette Die Düberie. Wir trafen den 65-Jährigen auf der Probebühne der Volksoper zu einem Gespräch über Winnetou, politisch inkorrekte Witze und die Frage, wie viel der Entertainer jetzt wirklich Rente kriegt. Herr Schmidt, haben Sie sich als Kind auch gern als Winnetou verkleidet oder als Indianer verkleidet? Ja, enorm gerne sogar. Ich hatte sogar ein ziemlich aufwendiges Kostüm von meiner Oma zum Fasching, wie es bei uns in Süddeutschland heißt, geschenkt bekommen und das war mein ganzer Stolz. Das war nicht billig. Und ich hatte sogar das Original Winnetou gewährt, die Silberbüchse. Also ich bin heute noch großer Winnetou-Fan. Sie ahnen, warum ich die Frage stelle. Wir haben seit letzter Woche eine größere Diskussion zu Winnetou. Waren Sie auch über den Ravensburger Verlag empört, weil der Merchandisingprodukte zum neuen Kinderfilm zu Winnetou vom Markt genommen hat oder waren Sie über die Empörten empört? Nein, also wir haben ja zwei Größenordnungsprobleme dieser Art pro Woche und ich wünsche dem Ravensburger Verlag gute Besserung, dass er gleich eingeknickt ist bei sowas. Ich hoffe, man nimmt dich nicht gleich komplett vom Markt, aber das zeigt ja, dass wir keine anderen Probleme haben. Also wenn ein Winnetou-Buch eine solche Reaktion auslöst, dann scheint es uns ja sonst in vielen anderen Bereichen gut zu gehen und das hat ja dann auch was Beruhigendes. Aber wir beide wissen, dass wir doch größere Probleme derzeit haben. Ja, offenbar. Es reicht immer noch für eine Aufregung um ein Winnetou-Buch. Wie halten Sie Persönliches eigentlich mit Karl May und seinen Winnetou-Büchern? Weil gerade so in den letzten Tagen sind doch einige Feuilletonisten, einige Schreiber, Autoren ausgerückt, um auch Karl May wieder zu rehabilitieren nach all dem, was man letzte Woche über ihn lesen musste. Hundertprozentig. Also ich bin natürlich mit Karl May aufgewachsen. Ich stelle fest, heute bei den Kindern, die überhaupt noch lesen, muss man ja sagen, ist Karl May von Harry Potter überholt worden. Also ich kenne keinen acht-, neunjährigen mehr, der noch Winnetou oder Old Shatterhand oder durchs wilde Kurdistan liest. Und ich kann mich aber noch erinnern, was für eine Aufregung es war, als ich zum ersten Mal in den Winnetou-Film ging, auch da mit meiner Oma im Kino gewesen und wurde nicht reingelassen, weil ich noch nicht zwölf war und wurde heulend wieder nach Hause geschickt. Ja, also Winnetou auch natürlich für immer verbunden mit Pierre Pries. Ich glaube auch für die, die Fans sind, ist so ein Zirkus da wie jetzt um dieses Buch uninteressant. Aber wie würden Sie damit umgehen, wenn Ihre Kinder, ich weiß jetzt nicht, wie alt Ihre Kinder sind, aber nehmen wir mal an, Sie werden zum Beispiel noch kleiner, noch jünger eben in diesen Film, in diesen Kinderfilm gingen, beziehungsweise sich als Indianer, als Winnetou verkleiden würden. Hätten Sie da was dagegen? Nein, ich sage also bitte, habt ihr genügend Waffen, also natürlich Plastikwaffen und Holzwaffen, ja, aber ich glaube, dass es in gewisser Weise zu einer gewissen Altersphase mit dazugehört, so wie man ja auch später noch gerne Krimis guckt, ja. Also ich gucke einfach gerne eine Serie wie Narcos oder wie El Chapo, ja, und fieber dann eigentlich mit den Hauptfiguren mit, obwohl ich mir immer sagen muss, das sind Massenmörder, ja. Aber das, also man kann ja nicht Fiktion gleichsetzen mit irgendwelchen Realitäten, die behauptet werden. Jetzt etwas zugespitzt gesagt, sind Ihre Worte oder auch unsere Worte einem Generalverdacht ausgesetzt, weil Sie als heteronormativer Zissmann oder frech gesagt als alter weißer Mann sprechen. Wie gehen Sie damit um, dass Sie qua Alter, Hautfarbe, Sexualität von vornherein eine Meinung haben oder dass man Ihre Meinung irgendwie unter diesen Voraussetzungen sieht? Damit gehe ich locker um, weil das schafft ja sozusagen eine Plattform, um sich dieses ungeheuren Privilegs, ein heteronormativer alter weißer Zissmann zu sein, bewusst zu werden, ja. Also ich habe gerade heute morgen am Kiosk meine Seniorenwochenkarte für die Straßenbahn in Wien gekauft, ja. Ja, sensationell, seit einer Woche kriege ich die schon, ja. Sie sind vor einer Woche 65, das sind vor zehn Tagen 65 geworden, muss man sagen. Ja, absolut fantastisch. Und jetzt sollen mal die jungen Familien ran, die haben es ja, ja. Sie sehen, also ich überlege dauernd Sätze, die einen richtig populär machen in so einem Interview. Und ich habe da überhaupt gar, mir wurde wirklich diese privilegierte Situation, 65 zu sein, im Grunde durch zu sein, nur noch das zu machen, worauf man Lust hat, erst durch diese Aufgeregtheiten um den guten alten weißen Mann bewusst. Und dass man das als Diskriminierung sehen könnte, kann sein, aber da bin ich auch ehrlich gesagt nicht so empfindlich. Jetzt irritiert das aber schon manche Gleichaltrige, die in einer ähnlichen Situation sind und die sagen, naja, ich halte mich jetzt zurück, sollen mal die anderen sprechen, meine Meinung ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Das halten Sie anders? Ja, das muss ja jeder halten, wie er es für richtig hält, aber ich würde mich da nie verteidigen, ne. Sondern, wie gesagt, also wenn ich mir mittags zum Schnitzel ein Glas Weißwein bestelle, denke ich mir, gut gelaufen. Und es lebert das System. Jetzt kennen wir Sie als ein Meister der inkorrekten, politisch inkorrekten Witze. Man erinnert sich an Ihre Late-Night-Shows, da ging es auch schon mal gegen übergewichtige oder Sie haben überübergewichtige Witze gemacht oder gegen autoklauende Polen. Würden Sie das auch jetzt angesichts des momentanen Zeitgeists immer noch so machen oder würden Sie das anders framen? Also man müsste das anders schauen, sozusagen. Der autoklauende Pole stimmt einfach nicht mehr als Figur. Vielleicht ist es jetzt der Rumäne. Das weiß ich nicht. Ich bin da sozusagen in den Beitrittskandidatenländern nicht so drin thematisch oder auch in denen, die schon Mitglieder sind. Aber über übergewichtige darf man ja auch keine Witze mehr machen. Das läuft als Body-Shaming. Also würde ich das in meiner Technik machen, dass jeder das Recht hat, seinen Körper mithilfe der Zuckerindustrie und der Alkoholindustrie so zu formen, wie er es ästhetisch haben möchte. Und solange jemand neben mir noch in den Flugzeugsitz passt, finde ich das in Ordnung. Und wenn er nicht mehr reinpasst, muss er halt, ich weiß nicht, ob er dann zwei Sitze buchen muss. Ich habe das in Amerika schon häufiger gesehen, dass Menschen wirklich nicht mehr in den Flugzeugsitz passen. Also in Amerika sind ja die Leute noch weniger in ihrem Wohlfühlgewicht. Sie sagen, Sie würden es mit Ihrer Technik machen. Was meinen Sie damit? Ja, also... Das zu affirmieren, oder? Ja, definitiv. Also Zustimmung. Ja, hallo und fantastisch. Und mir ist der Körper zunächst mal gar nicht aufgefallen, weil ich ja rein von der Seele des Menschen ausgehe, die ich spüre. Und da würde man, glaube ich, keine Probleme kriegen, weil das ist ja Zustimmung. Also Sie haben jetzt diesen Begriff des Body-Shamings. Und wenn Sie sich daran halten, sind Sie absolut auf der sicheren Seite und können aber eigentlich weiterfahren wie bisher. Ich weiß nicht, ob Sie den deutschen Autor Matthias Politicki kennen. Der ist vor einem Jahr, glaube ich, circa nach Wien gezogen mit der Begründung, dass er den Woken-Zeitgeist in Deutschland nicht mehr aushält. Er hat mittlerweile auch ein Buch darüber geschrieben. Ist das nachvollziehbar für Sie? Für ihn vielleicht, ja. Also ich spiele natürlich in einer anderen Liga als Politicki. Und ich bin hier Künstler an der Wiener Volksoper. Das ist natürlich ein Bereich, wo ich so Journalismus nur sehr am Rande wahrnehme. Und ich habe auch von ihm so ein bisschen das Gekreine, würde ich sagen, gelesen. Habe mich sehr gewundert, weil ganz ehrlich gesagt, an dem Tag, als Matthias Politicki Deutschland verlassen hat, ist auch in Peking ein Fahrrad umgefallen. Und das hatte eine ähnliche Auswirkung auf das Weltgeschehen. Sie selbst würden also nicht nach Wien ziehen, obwohl Sie ja so ein großer Wien- und Österreich-Liebhaber sind, wie wir wissen. Hundertprozentig, ja. Aber ich würde nicht nach Wien ziehen, weil wenn ich nach Wien ziehe, haben Sie mich ja. Ja, dann muss ich mich ja sozusagen in Wien behaupten. Dann muss ich irgendwie auch wissen, wie bewegt man sich in Wien, wie wohnt man in Wien, wo wohnt man in Wien. Ich muss die Feinheiten kennen und ich bin wirklich begeistert von Wien und von Österreich, aber doch sehr als Hotelgast. Jetzt, Sie ziehen zwar nicht nach Wien, aber Sie spielen hier an der Volksoper, wir sitzen hier an der Probebühne der Volksoper, den Ludwig XV. am Samstag in der Eröffnungspremiere der neuen Intendanz und zwar in der Operette Die Düberie. Wie viel muss man denn hinblättern, um einen Harald Schmidt zu engagieren? Das ist ganz toll. Das läuft immer so, das Theater schlägt mir eine Gage vor und ich sage, bin ich einverstanden. Aber Sie werden nicht immer einverstanden sein, oder? Doch, weil das ist ja, ein Theater hat einen gewissen Gagenrahmen. Ich bin auch noch nie unfair von einem Theater bezahlt worden. Das war hier genau das Gleiche. Und ich bin ein großer Freund von Vereinbaren von Pauschalen, was Reisekosten und Übernachtungskosten angeht, weil ich nicht sozusagen, dann fange ich mal mit der Straßenbahn, dann fliege ich wohin, dann komme ich wieder im Zug zurück und so. Das wäre mir vom bürokratischen Aufwand her zu kompliziert. Und wann immer ich etwas an einem Theater mache oder auch bei einem Fernsehsender, hängt natürlich sehr davon ab, was es ist. Wenn ich weiß, das ist eine Produktion beim Fernsehen, da machen sich so und so viele Leute außerhalb die Taschen voll, dann nenne ich natürlich eine Summe, damit ich das Weiße im Auge, das Gegenüber sehe. Das ist klar und daran scheitert es dann meistens. Aber ich bin lang genug dabei, um zu wissen, wer sich bei so einer Produktion im Fernsehen alles die Taschen sinnlos voll macht, um nicht zu sagen, da kassiere lieber mal ich schon vorher ab. Das heißt, das ist so eine Traumschiff-Produktion zum Beispiel? Nein, beim Traumschiff ist es auch, seit ich das mache, seit zwölf Jahren für dieselbe Gage, weil die sind auch zirkulant, was Reisemöglichkeiten angeht. Weil ich sagte dann zum Beispiel, lass mal auf, ihr dreht da und da, ich komme vier Tage später, weil da kann ich bis nach Singapur fliegen. Schauspieler, die die Möglichkeit nicht haben, die fliegen dann nach Ulaanbaatar, auch sehr schön, und fahren dort mit dem Bus vier Tage zum Drehort. Und das sind so Sachen, also für mich steht dann eigentlich der Komfort und die Lebensqualität doch im Vordergrund. Aber das heißt, wir müssen uns um Sie keine Sorgen machen finanziell, obwohl in den letzten Wochen ja ein Interview die Runde gemacht hat, in dem Sie behauptet haben, Sie erwarten eine Rente von nur 272 Euro. Ja, aber das verrate ich jetzt weltexklusiv dem Standard. Ich glaube, ich habe mich in der Zahl geirrt. Ja, das hätte ich Ihnen jetzt auch gesagt, nämlich der Bundesverband der Rentenberater, auch sowas gibt es in Deutschland. Haben Sie bestimmt in Österreich auch? Ich bin sicher, heißt wahrscheinlich etwas anders. Dieser Bundesverband der Rentenberater hat ausgerechnet, dass Sie auf 1080 Euro kommen. Ändert doch alles, oder? Es könnte sein, also mein Rentenbescheid müsste ja dann jetzt irgendwann kommen, weil ich habe noch elf Monate, da dachte ich auch, es sind acht, aber es sind noch elf, als Jahrgang 57 mit vollendung des 65. Lebensjahres. Und ich glaube, ich habe da irgendwie eine falsche Zahl im Kopf oder habe auch irgendwie mal aufs Datum geguckt und das für die Summe gehalten. Es könnte sein, dass der Bundesverband der Rentenberater richtig liegt. Aber ich habe mich natürlich gefreut, dass das Thema Rente dadurch mal ein bisschen wieder nach vorne kam, weil es ist in meiner Meinung nach das große Thema in den westlichen Gesellschaften. Älter werdende Gesellschaft, 300.000 Babyboomer gehen in Deutschland in Rente, 30 Prozent der Rente in Deutschland sind quersubventioniert aus dem Steuersystem. Für mich ist das Thema Altersvorsorge gleichbedeutend mit Klima in Westdeutschland. Vielleicht wird jetzt auch das Thema Operette wieder aufs Tapet gehievt, weil Sie eben hier in einer Operette spielen. Die Operette hat ja nicht den allerbesten Ruf, muss man sagen. Viele rümpfen die Nase, wenn sie nur Operette hören. Sie offensichtlich nicht, weil sonst würden Sie ja nicht in einer auftreten. Nein, der Hauptgrund war für mich, als ich gehört habe, Annette, das spielt die Hauptrolle. Ich wollte unbedingt mal mit ihr spielen. Es ist ein fabelhaftes Ensemble hier. Es ist eine neue Intendanz hier mit Lotte de Baer. Riesige Aufbruchsstimmung, beste Laune. Es macht richtig Spaß, zu den Proben zu gehen. Und wo die Nase gerümpft wird oder nicht, war ja für mich noch niemals ein Argument. Denn mir macht es Spaß und ich finde, Operette ist das Genre der Stunde. Also wenn Sie sich in der Weltpolitik umschauen, ist ja Operette mit allem Glanz und Elend eigentlich das angepassteste Medium. Wie gesagt, Sie spielen hier in einer Operette. Gleichzeitig muss man sagen, wir befinden uns gerade am Theater, auch in der Operette in einer schwierigen Zeit. Die Zuschauer bleiben weg. Ist das auch bei Ihnen so? Sie treten relativ viel auch in Theatern auf. Ist es da immer rammelvoll oder merken auch Sie es? Ich sage es ungern, es ist weit im Voraus ausverkauft. Es liegt aber daran, dass die Leute natürlich, je mehr auf sie einprasselt den ganzen Tag und je mehr Verbote und Verunsicherung und Weihnachtspaket, Osterpaket, Gasumlage, Gassparen, nur noch zwei Minuten duschen, Waschlappen benutzen und so weiter, desto mehr wollen die Leute abends mal Druck ablassen. Und das ist natürlich bei mir auf der Bühne, also die Leute kriegen bei mir genau das, was sie erwarten. Wenn Sie sich im normalen Theater, in einem Schauspiel eine Karte kaufen, wissen Sie ja nicht, was Sie erwarten. Sie wissen ja nicht, ob die Leute, ob die Aufführung in Deutsch ist oder ob Licht angemacht wird oder ob es heißt, will einer von unten mitspielen oder so, ja. Und bei mir ist klar, was die Leute erwarten, genau das bekommen Sie geliefert. Was Sie sich jetzt wahrscheinlich nicht erwarten, ist die nächste Frage, beziehungsweise bitte, die ich an Sie habe. Und zwar im September. Grüße an die Verwandten oder Sie? Ja, das kommt dann am Ende. Die Grüße an die Verwandten. Nein, Sie treten im Schauspiel Stuttgart im September. Ganz kurz Kompliment, Sie haben ein tolles Team. Das erlebt man selten, dass es so zügig und so professionell geht. Also muss ich sagen, Hut ab, ja. Und das aus Ihrem Munde? Ja, natürlich. Wir bedanken uns alle herzlich. Ich weiß, dass sich da unglaublich viele Leute aufführen und rumschreien und arrogant werden. Aber also das muss ich sagen, ja. Machen normalerweise nur die Interviewten. Aber zurück zum Schauspiel Stuttgart. Da treten Sie dreimal auf im September und zwar mit einem Abend, mit einem Programm. Das heißt Spielplananalyse. Das heißt, Sie analysieren den Spielplan vom Schauspiel Stuttgart. Ich würde Sie jetzt bitten, einen Blick auf den Spielplan der Volksoper von September zu werfen. Und eine Spontananalyse, ich halte Ihnen das jetzt vielleicht einfach mal so hin, eine Spontananalyse des Spielplans der Wiener Volksoper zu machen. Aber schon wieder muss ich Ihnen eine exklusive Überraschung bereiten, das Programm in Stuttgart heißt Spielplananalyse, weil der Intendant einen Titel für die Drucklegung brauchte. Sie hatten einen Redaktionsschluss für das Programmheft. Da sage ich, dann schreiben wir halt Spielplananalyse. Es wird so aussehen, das weiß der Intendant noch nicht, dass ich auf die Bühne gehe, sage, ich finde den Spielplan super. Und der zweite Teil des Abends läuft unter der Rubrik Schnickschnack Tabasco. Ja, und das wird dann erklärt. Das heißt, Sie finden auch den Spielplan von der Volksoper super. Ich finde den Spielplan grandios. Ich würde niemals den Spielplan sozusagen an einem Haus, an dem ich spiele, bewerten. Das steht mir gar nicht zu, das fände ich auch anmaßend. Und ich finde, es ist von dem, was ich so gesehen habe, eine sehr, sehr, sehr gute Mischung aus klassischer Operette, klassischer Wiener Operette, Musical, sowas wie Cabaret, sowas wie La Cagio Voll, La Cenerentola. Ja, dann macht man eine Fusion aus Tchaikovsky, dem Lussknacker und Jolante. Das Jolante kannte ich bis vor kurzem noch gar nicht. Und es ist einfach, der ganze Spielplan strahlt das aus, was die Intendantin Lotte de Beer heute Morgen bei der Begrüßung gesagt hat. Also Aufbruch, Lust auf Theater und volle Kraft voraus, auch mit dem Risiko, dass man ab und zu eine kleine Kurskorrektur unternehmen muss. Aber, also wie gesagt, Spielplananalyse immer nur für die Ankündigung. Auf der Bühne selbst passiert dann was völlig anderes. Aber war dann doch jetzt eine recht tiefgreifende Analyse, die Sie auf die Schnelle gemacht haben. Danke dafür. Sie haben einmal gesagt, und damit sind wir auch am Ende jetzt schon unseres Interviews. Schon? Ja. Ja, hat da doch um 15 Minuten schon gedauert. Ein Interview ist eine Form des Stehgreif-Theaters. Glaube ich, habe ich in der Berliner Zeitung in einem Interview gelesen. Nach diesen 15 Minuten, sind Sie zufrieden mit sich? Ja, aber meine Interviewtechnik ist ja, dass ich sowohl Sachen, die ich schon auf der Bühne getestet habe, mit einfließen lasse im Interview. Aber auch merke, dass gewisse Sachen neu entstehen im Interview und das dann für die Bühne übernehme. Ja, also für mich ist das eigentlich ein durchgehender Prozess. Und also man ist ja immer so gut wie der Fragensteller. Ja, und wenn der Fragensteller vorbereitet ist und auch wirklich seriös vorbereitet ist, dann ist das eigentlich so eine Bälle, auf der man surfen kann. Und dann kann ich schief gehen. Aber wenn wir natürlich da so ein Schnösel oder eine Pussy gegenüber sitzen, die sich die Fragen erst während des Interviews ausdenken, dann ist das ja auch nach 30 Sekunden vorbei. Dieses letzte Wort Pussy haben wir aber nicht gehört. Das wollte ich Ihnen reinsemmeln, das wollte ich Ihnen reinsemmeln, um mal zu sehen, was Sie damit machen. Wir machen natürlich die Überschrift daraus. Ja, ich finde das gut. Bei Schnösel oder Pussy ist es nach 30 Sekunden zu Ende. Wobei, ich könnte mir bei den LeserInnen das Standard vorstellen, dass die Reaktion überwiegend ist. Er hat so recht. Sie kennen unser Medium anscheinend schon recht gut. Ich sehe es ja, was bei ARD und ZDF an den Zuschauerschriften los ist. Und ich sehe es ja auch bei der Frankfurter Allgemein und so weiter. Also es ist immer ein großer Aufgeregtheitsfaktor, wenn ich eine Minderjährige mit einer Kurzkarriere habe, die sich schnell mal in Online-Diensten äußert und man glaube, das würde 83 Millionen Deutsche, nur für den kann ich jetzt reden, bewegen. Deswegen, der Großteil der Leute sagt sich, geht's noch. Sie wollten schnell anfangen, jetzt wollen Sie nicht mehr zum Ende kommen. Danke, Harald Schmidt für dieses Interview und auch viel Glück und viel Spaß am Samstag bei der Premiere. Und danke Ihnen für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Sehr nett. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.